jo freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal afu und heute meine vegan league rewards ok wir gehen direkt rein und nehmen wir den hier mit dem torwart genäßter pick mal gucken was wir bekommen 3 2 1 go teller ich nehme teller mit weil der hat wenigstens tempo sondern die goldenen picks vermutlich kommt da was gutes aus let's go und ich nehme wieder teller weil glaube ich oder soll ich dann schon nee dann habe ich den inform ja dann nehme ich den inform ich nochmal zwei mal teller halt einmal in rot und einmal in noch mal so und dann noch den letzten player pick die gold picks nur mal so am rande von den zielen und dann nehme ich bin jeder glaube ich weil es ja egal buskets habe ich schon an trade dann kommen wir zu den pep 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 packs da habe ich auch noch ein paar erstmal von der weekend league und noch vor ein paar von zielen so zwei seiten goldspieler genau was geil ist keine lampen ich will trotzdem gucken wer es das ist der junge wenn man den zieht ripp aber noch ripp mull pack auf jeden fall so dann nächstes pack was machen wir dann als nächstes johle premium gold pack einfach so so keine lampen so keine lampen ist das gemarisch 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 brunne gemarisch ja nicht so fresh auf jeden fall ja doch die verträge dann abstoßen müssen braucht man eh nicht so der meinte auch junge die ganzen trikots auch braucht man auch nicht okay let's go nächstes johle für den gold pack bitte irgendwas gutes lampen let's go sie ihren infrater ach prima kompletter müll junge nur müll pack kann man so sagen auf jeden fall so was haben wir hier noch abstoßen abstoßen stehe ich ganz auf den markt und abstoßen okay nächstes pack ich möchte unbedingt diesen in vom zarkana ich weiß nicht wieso aber ich möchte ihn unbedingt haben okay null nee als ob wir den erziehen was ja okay natürlich warum nicht dir warum nicht ich sage ehrlich warum nicht und benzemar noch junge zarkana und benzemar benzemar werde ich glaube ich verkaufen später einfach ich war sehr frisch die weekend league auf jeden fall gelohnt zu spielen würde ich sagen ja auch die 70k noch ja frisch sehr sehr frisch müssen wir den noch im markt okay nächstes pack was haben wir denn als nächstes ich glaube mega pack ne ja mega pack let's go ja lampen kann ich stürmer ach grießmann junge grießmann der grießt mühl pack weg 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 ok jetzt 84 plus pack das muss gönnen wenn das nicht gönnt dann beende ich direkt das video wenn das nicht gönnt beende ich direkt das video mit ansage lassen ja krank bekommt mit dampf versichern mit in dem Video und ciao, ciao.